Mit welchen drei einfachen Übungen du deine Hüfte mobilisieren kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Starten wir ganz einfach mit Übung Nummer 1. Die beginnt in einem Ausfallschritt. Du kniest dich auf den Boden, das andere Bein ist aufgestellt. Und jetzt willst du aus der Position einmal die Hüfte so weit es geht nach vorne schieben. Mach den Po dabei richtig schön fest, dass wir jetzt beim Vorschieben richtig schön Stretch in den Hüftbeuger mit reinbekommen. Vorne des Knie darfst du maximal einbeugen, es darf sogar die Ferse hier leicht lösen. Nicht zu viel, aber leicht. Entscheidend ist, dass der Po fest bleibt. Dann schieben wir wieder zurück. Jetzt wollen wir das vordere Knie so gut es geht durchdrücken, die Zehenspitzen ranziehen und mit den Händen aber so weit es geht vorne bleiben, dass ein Stretch auf die Oberschenkelrückseite kommt. Und dann wieder Po fest, Hüfte vor, Stretch im Hüftbeuger. Und zurückgehen, Stretch in der Beinrückseite. Davon 15 Wechsel und selbstverständlich auch auf der anderen Seite. Ich zeige dir jetzt direkt die zweite Übung. Dazu stellen wir den Fuß ein bisschen nach außen. Und wir starten, indem wir wieder mit dem Po nach hinten auf die Ferse gehen. Jetzt beuge ich die Hüfte einmal richtig schön ein. Lehn den Oberkörper dabei nach vorne. Kriegen so ein bisschen Stretch vielleicht auf den Oberschenkel, aber das darf nicht so wild sein. Entscheidend ist jetzt beim nach oben gehen, möchte ich mit dem Knie der Zehenspitze folgen. Da musst du vielleicht ein bisschen justieren. Knie folgt der Zehenspitze und die Hüfte bewegt sich zur Seite, dass ich einen schönen Stretch hier auf die Innenseite des Oberschenkels bekomme. Dann gehen wir wieder zurück. Hüfte wird eingebeugt. Wir lehnen uns nach vorne, um den Hüftwinkel klein zu machen. Po fest, Hüfte vor, hier raus. Und den Stretch auf der Seite, Oberschenkel-Innenseite. Entscheidend ist wirklich hier, dass du versuchst, mit dem Knie nochmal richtig schön den Zehenspitzen zu folgen. Also du musst hier wirklich aufpassen, dass du nicht zu weit hier raus gehst, sonst bringst du dir nur eine blöde Scherung ins Knie hinein. Und auf diese Weise machen wir auch 15 schöne Wiederholungen. Selbstverständlich auch wieder auf der anderen Seite. Und für Übung Nummer 3 müssen wir uns dann einmal hinsetzen. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Rotationsbewegung rein. Also du sitzt einmal im Langsitz. Wenn du musst, stützt dich eben mit den Händen ein bisschen ab. Besser wäre aber, wenn der Oberkörper nicht abgestützt werden muss. Und aus der Position gehen wir in den sogenannten Hürdensitz. Das heißt, du nimmst dir ein Bein, hebst es hoch, beugst das Knie ein und willst das Bein so hoch wie möglich einmal nach hinten bringen. Jetzt ist das Knie durchgedrückt und jetzt ist diese Hürdenläuferposition da. Aus der Position lehnen wir dich einmal kurz nach vorne, einmal kurz zur Seite und bringen das Bein wieder zurück. Andere Seite. Bein geht hoch, nach außen. Das heißt, ich muss hier wirklich aktiv in der Muskulatur arbeiten. Knie bleibt durchgedrückt. Einmal vorlehnen. Ich habe wieder Stretch in der Beinrückseite. Einmal hier rüberlehnen. Dadurch verstärke ich die Innenrotation hier in dem Bein. Und wieder zurück. Und wieder wechseln. So gut es geht vorlehnen. So gut es geht zur Seite neigen, um die Innenrotation zu verstärken. Und ich zeige es noch ein letztes Mal. Auf der anderen Seite. Entscheidend ist, dass du dich nicht zu weit zur Seite lehnst. Auch nicht umfällst dabei. Und auch hier wieder einmal vor und zur Seite. Auch hiervon machen wir 15 Wiederholungen. Also insgesamt kannst du jetzt auf 30 zählen. Ja und nach dieser Runde solltest du auch richtig schön warm sein in der Hüfte. Kannst vielleicht sogar dein Krafttraining beginnen. Falls du ein bisschen mehr rausholen möchtest, ein besseres Ergebnis erzielen möchtest, dann mach auf jeden Fall drei Sätze davon. Dann mach die Hüfte langsam richtig schön auf. Falls es zu anspruchsvoll für dich war, dann schau dir doch mal unser Mobility-Programm für Anfänger. Anfänger an, da starten wir mit einfachen Übungen. Wenn du sagst, ja, das ist genau das, was ich brauche. Wir haben auch ein Mobility-Programm für fortgeschrittene Modulhüfte. Da wird es auch nochmal richtig herausfordernd für dich. Und du kannst deine Mobilität da auf jeden Fall nochmal schön weiter steigern. Lass mir doch einen Kommentar da, wie du mit den Übungen zurechtkommst. Einen Daumen nach oben für den Algorithmus. Ansonsten bin ich an der Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.